dieser mercedes benz e 200 ist hier zum verkauf angeboten der schwarze kombi ist fünftürig und bietet platz für fünf personen der kilometerstand des fahrzeugs liegt bei weniger als 20.000 kilometern die erstanmeldung war anfang 2015 der kombi besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie esp xenon scheinwerfer für suffix kindersitz befestigung navigationssystem dachrailing und noch vieles mehr unter der haube gibt der benziner eine leistung von 184 ps an das automatikgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei 6,2 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne die familie